Der Narr liest Das dreißigste Kapitel aus den Tom Sawyer-Abenteuern Das Geheimnis der Höhle, der Schatz Natürlich von Mark Twain Innerhalb weniger Minuten hatte sich die Neuigkeit im Städtchen verbreitet Und bald war ein Dutzend Boote voll Menschen unterwegs nach der Höhle Denen kurz nachher die vollgedrängte Dampffähre folgte Tom Sawyer befand sich mit dem Kreisrichter in einem Boote Als man die schwere Türe der Höhle öffnete Bot sich in der düsteren Dämmerung des Ortes ein trauriger Anblick dar Da lag der Indianer Joe zur Erde hingestreckt Tot, mit dem Antlitz dicht am Spalt der Türe Als ob seine Augen bis zum letzten Moment sehnsüchtig auf das Licht Und die Lust der schönen Gotteswelt da draußen geheftet gewesen wären Tom war tief ergriffen, wusste er doch aus eigener Erfahrung Was der Schurke hatte leiden müssen Aber obgleich sein Mitleid rege war Empfand er doch zugleich ein überquellendes Gefühl der Begeisterung und Erleichterung Welches ihm nun erst offenbarte, bis zu welchem Grade Furcht und Angst auf ihm lasteten Und ihn bedrückten seit jenem Tage, an welchem er vor Gericht seine Stimme Gegen den blutgierigen Mörder erhoben hatte Das Dolchmesser des Indianer Joe lag dicht bei ihm Die Klinge war in zwei gebrochen Der große Grundbalken der Türe war mit unsäglicher Mühe von dem Messer bearbeitet Und schließlich durchschnitten worden Aber es war vergebliche Arbeit Denn der Felsen bildete von außen eine natürliche Schwelle An der das schwache Messer zerschellen musste Selbst ohne dies steinerne Hindernis würde die Arbeit umsonst gewesen sein Denn er hätte seinen Körper doch nimmermehr unter der Türe durchzwängen können Und das wusste der Indianer Joe wohl Trotzdem hatte er weiter geschnitzt und gebohrt Nur um etwas zu tun Nur um die grässlich langsam schleichende Zeit hinzubringen Um seine gemarterten Lebensgeister zu irgendeiner Tätigkeit zu zwingen Gewöhnlich konnte man eine Anzahl Lichtstümpfchen Welche von den jeweiligen Besuchern zurückgelassen worden waren In den Rissen und Spalten dieser Vorhalle stecken sehen Heute war nichts davon zu erblicken Der Eingesperrte hatte sie wohl alle zusammengesucht und gegessen Einiger Fledermäuse musste er sich zu demselben Zwecke bemächtigt haben Wie aus den herumliegenden Flügeln ersichtlich war Der Unglückliche war buchstäblich hungersgestorben Nicht weit von ihm war im Lauf der Jahrhunderte Ein Tropfsteingebilde vom Boden aufgewachsen Genährt von dem fallenden Tropfen eines oben niederhängenden Stalaktiten Der Indianer Joe hatte den Tropfstein abgebrochen Und auf den Stumpf einen Stein gelegt In den er eine kleine Vertiefung gehöhlt Um den kostbaren Tropfen aufzufangen Der einmal in 20 Minuten mit der Regelmäßigkeit eines Uhrpendels herabfiel Im Ganzen ein Teelöffel voll in 24 Stunden Jener Tropfen fiel schon, da die Pyramiden neu waren Er fiel, als Troja sank, als Rom gegründet wurde Als man Christum kreuzigte Als Wilhelm der Eroberer das britische Reich schuf Als Kolumbus segelte Als der Unabhängigkeitskrieg ausbrach Jener Tropfen fällt noch jetzt und er wird weiter fallen Wenn alle diese Dinge durch das Tageslicht der Geschichte In die Dämmerung der Sage In die tiefe Nacht der Vergessenheit gesunken sein werden Ob alles hiernieden seinen Zweck, seine Bestimmung hat Musste jener Tropfen so geduldig fallen 5000 Jahre hindurch Um zur betreffenden Stunde für das Bedürfnis Jener vergänglichen, menschlichen Eintagsfliege bereit zu sein Wird er in 10.000 Jahren Irgendeine andere Mission zu erfüllen haben? Wer das wissen könnte Doch was liegt daran Viele, viele Jahre sind verflossen Seit jener Unglückliche den Stein höhlte Um den kostbaren Tropfen aufzufangen Doch bis zum heutigen Tage betrachtet jeder Besucher der Höhle am längsten Diesen Stein Und den niederfallenden Tropfen Der Becher des Indianer Joe nimmt unter den Wundern der Höhle die erste Stelle ein Selbst Aladdins Palast kann nicht damit konkurrieren Dicht beim Ausgang der Höhle wurde Der Indianer Joe beerdigt Zu dem Begräbnis strömten die Leute aus allen Himmelsgegenden auf sieben Meilen in die Runde Zu Boot und zu Wagen herbei Sie hatten ihre Kinder und allerlei Lebensmittel mitgenommen Und gingen schließlich so befriedigt von dannen Als ob Joe gehängt worden wäre Am darauf folgenden Morgen nahm Tom seinen Freund Huck an einen heimlichen Ort Um etwas Wichtiges mit ihm zu besprechen Huck hatte inzwischen Toms Abenteuer erfahren Dieser meinte aber Es sei noch etwas dabei was er sicher nicht gehört hätte Und darüber eben wolle er reden Hucks Gesicht nahm eine betrübte Miene an Er sagte Weiß schon was du willst Tom Bist in Nummer zwei gewesen und hast nur Schnaps gefunden Geld Es hat mir es niemand gesagt Aber wie ich von der Schnapsgeschichte hörte Wusste ich gleich dass du es gewesen bist Geld hast du keins gefunden Das weiß ich Hättst mich sonst wissen lassen Na Tom Ich hatte immer so eine Ahnung Dass wir am Ende mit leeren Händen ausgehen Aber Huck Ich habe kein Wort über den Gastwirt gesagt In seiner Schenke war ja noch alles in Ordnung Als ich am Samstag zum Picknick ging Weißt du nicht mehr? Du hast ja die Nacht dort wachen sollen Weiß Gott ja Mir kommt es für die Ewigkeit vor War in derselben Nacht Als ich dem Indianer Joe da hinauf Hinter den Gartenzaun und der Frau Douglas nachgeschlichen bin Du bist ihm nachgeschlichen? Ja Aber du hältst deinen Mund drüber hörst du Der Kerl könnte gute Freunde hinterlassen haben Und die möchte ich nicht auf mich hitzen Wenn ich nicht gewesen wäre War der Schuft jetzt in Texas oder Gott weiß wo Huck teilte nun Tom im Vertrauen sein ganzes Abenteuer mit Von dem dieser nur ein Bruchstück durch den alten Waliser gehört hatte Huck schloss dann Huck zur Hauptfrage zurückkommend Und wer den Schnaps in Nummer zwei ausgehoben hat Der hat auch das Geld So viel ist sicher Wir können uns den Mund wischen Huck Das Geld war gar nie in Nummer zwei Was? Huck starrte Tom ins Gesicht Tom Bist du am Ende gar dem Schatz nochmals auf der Spur? Huck Er ist in der Höhle Hucks Augen glänzten Sag's noch mal Tom Das Geld ist in der Höhle Tom Herrgott im Himmel noch einmal Ist Scherz oder Ernst? Ernst, Huck So Ernst wie nur was sein kann im Leben Willst du mitkommen und es herausholen? Und ob Das heißt Wenn's wo liegt wo wir's holen können Und den Weg wieder rausfinden Dafür steh ich dir Woher glaubst du aber, dass das Geld Wart nur, bis du dort bist Finden wir's nicht Dann schenke ich dir meine Trommel Und alles, was ich sonst noch hab So gewiss wie Wissenwort man wann also Gleich jetzt, wenn du willst Bist du stark genug Ist weit drinnen in der Höhle Bin jetzt erst drei Tage Wieder ein wenig auf meinen Spazierhölzern Ich glaub, weiter als die Meile Tun sie's noch nicht, Tom Auf dem gewöhnlichen Weg Sind's freilich ungefähr fünf Meilen Aber man kann gewaltig abschneiden Auf einem Weg, den ich allein weiß Ich bring dich im Boot an die Stelle Und du sollst keinen Finger dabei rühren Na dann, gleich los, Tom Schon recht Wir brauchen aber erst Brot und Fleisch Und unsere Pfeifen Ein paar kleine Säcke Und einen Knoll Schnur Dann ein paar von den neumodischen Dingern Die sie Zündhölzer nennen Ich sag dir Ich wäre Gott froh gewesen Wenn ich neulich einige gehabt hätte Als ich so in der Klemme saß Kurz nach Mittag Liehen sich die Jungen Ein kleines Boot von einem Manne Der gerade nicht daheim war Und machten sich alsbald auf den Weg Als sie ein paar Meilen Unterhalb der Höhlenbucht waren Sagte Tom Siehst du, Hack Die ganze steile Uferstrecke Von der Höhlenbucht an Bis hierher ist überall gleich Kein Haus, kein Wald Nur Gestrüppe Aber sieh dort oben Der helle Fleck Wo ein Erdrutsch gewesen sein muss Das ist mein Merkzeichen Jetzt landen wir Und sie landeten Wo wir jetzt stehen, Hack Könntest du mit ner Angelrute Das Loch berühren Durch das wir herausgekrochen sind Such mal, ob du's finden kannst Hack suchte überall herum Fand aber nichts Stolz schritt Tom Auf ein dichtes Gesträuch von Sumachbüschen zu und sagte Hier ist's Sieh dir's an, Hack Ist das netteste Loch Im ganzen Lande Dass du aber den Mund hältst drüber Lang schon hab ich mal Ein Räuber sein wollen Hab aber dazu Sowas gebraucht Wie das Loch hier Nur wollt sich's eben Nicht finden lassen Jetzt hab ich's Und wir sind fein still davon Sagen's nur dem Joe Harper Und dem Ben Rogers Denn wir müssen noch ne ganze Bande haben Sonst hat das Ding keinen Schick Tom Sawyers Bande Lautet famos Geldhack Das tut's Tom Das tut's, weiß Gott Und wer wird beraubt? Na jeder Wir lauern eben den Leuten auf So macht man's Und töten sie? Nee, immer nicht Sperren sie in die Höhle Bis sie sich ranzionieren Ranzion Was? Was heißt denn das? Na Geld geben Ihre Freunde müssen alles zusammenkratzen Was sie können Und wenn die Summe Die man verlangt Nach Jahresfrist Nicht beisammen ist Dann bringt man die Gefangenen um So wird's gewöhnlich gemacht Nur die Weiber lässt man leben Die sperrt man ein Aber man tödelt sie nicht Die sind immer schön und reich Und entsetzlich furchtsam Man nimmt ihnen die Uhren Und ihre anderen Sachen Zieht aber immer den Hut vor ihnen Und ist höflich Niemand ist so höflich Wie die Räuber Das kannst du in jedem Buch lesen Na die Weiber Die lieben einen dann Und wenn sie erst mal Zwei, drei Wochen In der Höhle gewesen sind Hören sie auf zu weinen Und man kann sie schließlich Nicht wieder loswerden Wenn man sie hinaustreiben wollte Würden sie fluxkehrt machen Und zurückkommen So steht's in allen Büchern Das lass ich mir gefallen Ist noch besser als Seeräuber sein In einer Art ist's freilich besser Ist nicht so weit vom Hause Und näher beim Zirkus Und all den Sachen Jetzt war alles bereit Und die Jungen schlüpften in das Loch Tom voran Sie krochen mühsam bis zum anderen Ende Des kleinen Stollens Befestigten dann ihre Leine Und drangen weiter vor Wenige Schritte Brachten sie zu der Quelle Und Tom fühlte sich Von einem kalten Schauder überrieselt Er zeigte Hack Das übrig gebliebene Dochtrestchen Das mit einem Klümpchen Lehm An der Felswand befestigt war Und beschrieb Wie er und Becky verzweifelnd Zweifelnd dem letzten Auflackern und Erlöschen Der Flamme zugesehen Die Jungen sprachen jetzt nur noch im Flüsterton Denn die Stille und Trostlosigkeit des Orts bedrückte ihre Stimmung Sie schritten weiter und kamen an jenen anderen Gang Der an dem vermeintlichen Abgrund endete Beim Kerzenschein stellte sich indessen heraus Dass hier kein unergründlicher Abgrund Sondern nur eine steile Lehmwand von 20 bis 30 Fuß Tiefe war Tom flüsterte Jetzt will ich dir was zeigen, Hack Er hob die Kerze hoch und sagte Sieh mal, so weit um jene Ecke, als du kannst, siehst du was? Dort an dem großen Felsblock Da drüben mit Kerzenrauch geschwärzt Tom, ist ein Kreuz Nun, und wo ist Nummer zwei? Unter dem Kreuz, hä? Gerade dort hab ich den Indianer Joe gesehen Wie er seine Kerze in die Höhe hob, Hack Hack starrte eine Weile auf das geheimnisvolle Zeichen Und hauchte dann mit zitternder Stimme Tom, lass uns machen, dass wir fortkommen Was? Und den Schatz im Stich lassen? Ja, lieber Dem Indianer Joe sein Geist treibt sich gewiss hier rum Bewahre Hack hier nicht Der spuckt an der Stelle, wo der Kerl gestorben ist Am Ausgang drüben, fünf Meilen von hier Nee, Tom, das glaub ich nicht Der spuckt bei seinem Geld herum Ich weiß, wie's Geister machen, und du weißt's auch Tom begann zu überlegen Dass Hack am Ende recht haben könne Böse Ahnungen stiegen in ihm auf Plötzlich kam ihm ein erlösender Gedanke Denk doch nach, Hack Wir sind alle beide Narren Wie kann denn ein Geister herumspucken, wo ein Kreuz ist? Das war ins Schwarze getroffen Tom, daran hab ich gar nicht gedacht Aber so ist das Kreuz ist ein Glück für uns Wir wollen nun mal da hinabklettern und nach der Kiste schauen Tom ging voraus, indem er während des Ansteigens Rohe Stufen in die Lehmwand schnitt Hack folgte Vier Gänge führten aus der kleinen Höhle In welcher der Felsblock stand Drei davon untersuchten die Jungen ohne jeden Erfolg Sie fanden einen kleinen Schlupfwinkel In dem ein Bündel wollener Decken lag Dazu ein alter Hosenträger Ein Stück Schinkenschwarte Und die rein abgenagten Knochen Von zwei oder drei Hühnern Die Goldkiste aber war nirgends zu erblicken Die Jungen durchsuchten alles und durchsuchten's noch einmal Umsonst Tom sagte Es hieß unter dem Kreuz Hier sind wir am nächsten drunter Kann doch nicht unter dem Felsen selber sein Der sitzt fest auf dem Grunde auf Was nun? Wieder suchten sie überall herum Und setzten sich dann entmutigt nieder Hack wusste nichts weiter vorzuschlagen Nach einer Weile sagte Tom Sieh mal her, Hack Da sind Fußspuren und Talgtropfen im Lehm auf dieser Seite des Felsens Und zwar nur hier Das hat was zu bedeuten Am Ende liegt das Geld doch unter dem Felsengrabmal hier im Lehm nach Das ist kein dummer Gedanke, Tom Erwiderte Hack lebhaft Toms Messer war im Augenblick zur Hand Und er hatte kaum vier Zoll tief gegraben Als er auf Holz stieß Na, Hack, hörst du das? Hack begann jetzt ebenfalls zu wühlen Und zu kratzen Bald waren ein paar Bretter bloßgelegt und weggenommen Diese hatten eine natürliche Spalte verborgen Die unter den Felsen führte Tom kroch hinein und hielt seine Kerze so weit hinunter, als er konnte Er mochte aber das Ende des Spaltes nicht zu sehen Er schlug daher vor, weiter zu forschen Bückte sich und kroch vorwärts Der schmale Spalt führte allmählich nach unten Er folgte dem sich windenden Lauf erst nach rechts und dann nach links Hack auf seinen Fersen Als Tom wieder um eine scharfe Wendung bog, rief er plötzlich Ja, du mein Güte, Hack sie hier Es war die Goldkiste, die da stand Gewiß und wahrhaftig in einer schmucken kleinen Höhle Zusamt einem leeren Pulverbeutel Ein paar Gewehren in Lederhülsen und einem alten Gürtel Alles durchnässt von niedersickernden Wassertropfen Gefunden, endlich gefunden, jubelte Hack, indem er mit den Händen in den funkelnden Münzen wühlte Jetzt sind wir aber reich, Tom Ich hab sicher drauf gezählt, Hack, und doch ist's fast so schön, um wahr zu sein Aber haben tun wir den Schatz so vieles sicher Lass uns weiter keine Zeit verlieren jetzt, sondern die Geschichte flink in Sicherheit bringen Zeig mal her, ob ich die Kiste heben kann Diese wog vielleicht fünfzig Pfund Tom konnte sie nur mit Mühe heben An ein Fortschaffen war nicht zu denken Dacht ich's mir wohl, sagte er Damals im Gespensterhaus trugen die Kerle ziemlich schwer dran Hab's gleich bemerkt Denn gut, dass ich die kleinen Säcke mitgenommen habe Das Geld war bald in die Säckchen verteilt Und die Jungen trugen es hinauf nach dem Felsblock mit dem Kreuze Jetzt wollen wir die Gewehre und das andere Zeug noch holen, schlug Hack vor Bewahre, die lassen wir schön dort Das können wir alles wundervoll brauchen, wenn wir erst Räuber sind In der Höhle feiern wir dann unsere Orgien Das ist dort gerade wie gemacht für Orgien Was ist denn das Orgien? Was weiß ich Aber Räuber halten immer Orgien und das müssen wir natürlich auch tun Vorwärtshack, wir müssen schnell machen Sind schon zu lange hier gewesen, wird wohl schon spät sein Hungrig bin ich auch Aber wir wollen doch erst essen und rauchen, wenn wir im Boot sind Kurz danach traten sie aus den Sumachbüschen hervor Schauten vorsichtig nach allen Seiten aus Sahen, dass die Luft rein war und saßen bald kauend und rauchend im Boote Als eben die Sonne im Begriff stand unterzugehen, stießen sie ab Tom ruderte in der stetig zunehmenden Dämmerung längs des Ufers hin Und lustig plaudernd landeten sie kurz nach Einbruch der Nacht Jetzt Tag, rief Tom Verstecken wir das Geld im Holzschuppen der Witwe Douglas Und morgen früh, komm ich dann Und wir zählen und teilen den Kram und suchen dann im Wald nach einem Platz Wo wir ihn sicher vergraben können Du bleibst jetzt hier ruhig liegen und bewachst die Herrlichkeit Ich hole indessen geschwind Meister Taylors Handkarren Bin gleich wieder da Er verschwand und kehrte nach kurzer Zeit mit einem Karren zurück In welchen er die beiden Gelze gelegte Ein paar alte Lumpen draufwarf Und sich dann mit seiner Last auf den Weg machte Am Haus des alten Waliser blieben die Jungen stehen, um einmal auszuruhen Als sie eben weiter wollten, trat der Alte heraus und rief Holer, wer ist da? Hack und Tom Sawyer Schön, und nun schnell vorwärts, Jungens Alles wartet auf euch Na los, flink, lauft zu Ich will den Karren schon ziehen Her damit, meine Träude Er ist nicht so leicht, als er sein könnte Backsteine drauf oder altes Eisen Altes Metall, sagte Tom lakonisch Dachte ich's mir doch, dachte ich's mir doch Die hiesigen Jungens machen sich viel Arbeit und vertrödeln viel Zeit, um so altes Eisenzeug aufzutreiben Für das sie doch nur ein paar Pfennige bekommen In der Gießerei viel mehr Zeit und Mühe, als sie brauchen würden, um ebenso viel mit ehrlicher Arbeit zu verdienen Na, liegt mal so in der menschlichen Natur, lässt sie nicht ändern Na, nur flink, vorwärts, vorwärts Die Jungen wollten wissen, weshalb solche Eile nötig sei Fragt jetzt nicht lang nur zu Du wärts schon sehen, wenn wir zur Witwe kommen Hack fühlte böse Ahnungen in sich aufsteigen Er war gewohnt, dass man ihn fälschlicherweise dummer Streiche bezichtigte Herr Jones, ganz gewiss, wir haben nix getan Beteuerte er zaghaft Der Alte lachte herzlich Wer weiß, Hack, mein Junge, wer weiß Bist du denn nicht gut Freund mit der Witwe? Oh ja, jedenfalls ist sie freundlich mit mir gewesen Also, weshalb dann Angst? Hack war sich über die Frage noch nicht ganz klar geworden Als er sich schon mit Tom in den Salon der Frau Douglas hineingeschoben fühlte Jones ließ den Karren an der Tür stehen und folgte ihnen Das Haus war strahlend hell erleuchtet Und jeder, der im Städtchen irgendetwas zu bedeuten hatte, war zugegen Thatchers waren da und Haders, Rogers, Tante Polly, Sid, Mary, der Pfarrer, der Redakteur Und noch viele andere und alle in festlichem Gewande Frau Douglas empfing die Jungen so herzlich, wie man zwei so aussehende Menschenkinder empfangen konnte Sie waren mit Lehm und Talgtropfen förmlich überzogen Tante Polly wurde feuerrot vor Verlegenheit, legte die Stirn in drohende Falten Und schüttelte vorwurfsvoll und missbilligend ihr graues Haupt gegen Tom Niemand aber konnte verlegener, beschämter sein als die Jungen selber Herr Jones sagte Tom war noch nicht zu Hause, ich hatte schon alle Hoffnung aufgegeben, ihn herbeizubringen Aber just vor meiner Haustüre stolpere ich dann über die beiden Da habe ich sie eben mitgebracht, wie sie gingen und standen Und das war sehr recht, bekräftigte die Witwe Kommt mit mir, Jungens Sie nahm sie mit sich in ein Schlafzimmer und sagte Jetzt tascht euch und zieht euch an Hier sind zwei neue Anzüge, Hemden, Socken, alles vollständig Die gehören dir, Hack Nein, keinen Dank weiter Herr Jones hat den einen gekauft und ich den anderen Leist Tom den einen heut Abend, werden ja wohl beide passen Flink also hinein, wir warten so lange Kommt schnell herunter, wenn ihr euch genug gestriegelt habt Und sie ging Und sie ging